Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen, Freitag, der 29. September 2017. Ihr hört die Geek Talk Daily 214. Am Apparat, Apparat, am Mikrofon ist der Martin Pogipsi-Rechteiner und ich habe die folgenden Themen für euch mit dabei. 350 Stundenkilometer, zu betreiben schon beim ersten Thema. GoPro Hero 6, neue Amazon-Produkte, Kochboxen, Sirup, Bosch, China E-Auto-Quote, USB-C 3.2, Face ID, 30 Millionen Kunden, A1 und FCC. Und an dieser Stelle gilt ein großes Dankeschön an die ganzen Hörer, die mir in den letzten Tagen einiges an Themen zugeschanzt haben. Besten Dank an der Stelle und ja, dann beginne ich doch gleich mal in China. Ja, das ist mir sehr sympathisch. Ich bin ein großer ÖV-Fan, Zug-Fan. Gibt es noch nicht lange, wenn man es vergleicht mit der Schweiz, die eine sehr, sehr lange Zug-Tradition haben, also Bahn-Tradition haben. Das gibt es bei den Chinesen nicht. Die erste Hochgeschwindigkeitsbahn gab es im 2008 damals mit der, ich glaube, 2008 mit den Olympischen Spielen. Mittlerweile gibt es einige Strecken und auf den schnellsten dürfen die bis zu 330 Stundenkilometer rasen und somit kann man zum Beispiel zwischen Peking und Shanghai innerhalb von vier Stunden hin und her reisen. Und das 14 Mal pro Tag. Da möchte ich mal so drei, vier Mal hin und her fahren. Weil, wäre doch auch mal was, um einen Tag zu verbringen. Na dann, mal schauen, wie es weitergeht. Die Chinesen, die habe ich später auch nochmals auf dem Radar. Ihr habt es vielleicht schon in den Voice-Tagging gehört. Jetzt geht es aber über zu GoPro. Wir hatten es in der letzten Geek-Talk-News-Folge, dem Mutter-Podcast, schon, dass geleakt wurde, die Daten zu der GoPro Hero 6, sowie eine 360-Grad-Kamera, die Ihnen auch folgen wird. Die wurde jetzt offiziell vorgestellt und ist zum Beispiel hier in der Schweiz schon bei Brack-Ablager ausgeliefert. Kann ausgeliefert werden. Mein Gott, schwieriges Reden. Heisst, wenn ihr es heute noch bestellt, ist sie morgen am Samstag bei euch. Mal schauen, ob ich mir die auch mal ein bisschen genauer anschauen werde. Der Jan wollte sich ja sowas kaufen, wenn sich es ergibt. Dann habt gestern, aber leider knapp nachdem, dass ich die Aufnahme gemacht habe, Amazon einige Produkte vorgestellt. Und zwar sind das Amazon Echo-Nachfolger sowie 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 auch ein Fire-Produkt, also das, was am Fernsehen hinten dran kommt. Und ja, die ganzen Amazon Echo-Dinger sind geschrumpft, preislich auch interessant. Das Show gibt es neu in Deutschland. Ich würde sagen, das schauen wir ein bisschen detaillierter dann in der News-Folge von Geek Talk im grossen Format an. Wirklich spannend. Mich hat vor allem der Show ein bisschen wieder mal sehr, sehr neugierig gemacht. Den muss ich mir unbedingt anschauen genauer. Dann wurde festgestellt von Golem.de, dass eine Wortmarke, die Dinner for Two in about 30 minutes, von Amazon eingetragen wurde in Deutschland. Das gleiche, Standard AT hat bemerkt, dass das auch in Österreich passiert ist. Also es könnte sein, dass die Amazon Kochboxen vielleicht auch bald in Deutschland und Österreich erhältlich sind. Was es genau ist, Dinner for Two, was man eben unter 30 Minuten zubereiten kann mit frischen Zutaten. Klingt doch spannend. Wenn wir gerade beim Ausliefern sind, der Achim und ich haben es in der aktuellen News-Folge vom Geek Talk, das bin ich schon wieder beim Motor-Podcast, schon besprochen. Es gibt da eben die Drohnen, welche im Tessin, also in der Schweiz, im Süden, Medikamente etc. ausführen. Und das fand ich das Letzte, denn das Ganze, ich habe ja gesagt, das wird im Jahre 2018 weiter ausgeweitet auf weitere Felder. Das ging schneller als erwartet, hätten wir es wieder mal. Und ja, ab morgen, sprich ab heute besser gesagt, werden in Zürich von Sirup Produkte, Viadrone und dem, ach wie heisst das Teil, Mercedes-Benz-Van ausgeliefert. Wie das genau funktioniert, wir haben einen Tweet verlinkt in den daily.geektalk.ch-show-Notes zu der aktuellen Folge. Da ist ein Tweet mit einem Video drin, wo das ganz kurz erklärt wird. Ich muss nach Zürich ziehen, ich sehe es schon. Kobi, das ist ein Kickstarter-Projekt, was wir auf dem Battery Bike, also auf unserem E-Bike-Blog von Pogipsi Network, mal vorgestellt haben vor einigen Monaten. Und das wurde jetzt aufgekauft. Bosch ist ja sehr fleißig im Bereich E-Bike unterwegs, nicht nur mit Akkus und Fahrgestellen etc. Die möchten das Ganze jetzt auch ein bisschen, ja, mit mehr Sensoren versehen und verstärken. Und deshalb haben sie sich Kobi zugelegt. Sicherlich kein doofer Kauf. Jetzt kommen wir wieder zurück zu den Kinesen, wie vorher schon erwähnt. Die machen jetzt wirklich ernst, denn ab 2019, leider erst 2019, eigentlich wollten sie 2018, führen sie eine E-Auto-Quote ein. Also jeder Hersteller, der in China Autos verkauft und mehr als 30.000 Units verschickt, darf mindestens 10% davon in Elektroautos abliefern. Ansonsten ist es weniger praktisch. Und das wird sich dann steigern von Jahr zu Jahr. 2020 soll das schon auf 12% hochgehen. Sowas hätte ich gerne auch hier in der Schweiz und sicherlich auch Deutschland und Österreich. Das wäre keine doofe Idee, würde ich behaupten. Dann gehen wir über, wenn wir schon beim Thema Geschwindigkeit im Rüder sind heute, USB 3.1. Das USB-C 3.1, dann wurde vor kurzem verabschiedet, das heisst im letzten Jahr. Jetzt wurde gerade der 3.2, also der neue Standard, verabschiedet. Der hat doppelt so schnelle Geschwindigkeit. 3.1 fahren 10 GB in der Sekunde. USB 3.2 schafft schon 20 GB in der Sekunde. Mal schauen, wann dann die ersten Geräte mit den Schnittstellen auf den Markt kommen und wenn die grossen da nachziehen werden. Ich bin schon sehr gespannt. Wie Face ID funktioniert, dazu hat Apple ein White Paper rausgehauen. Da steht zum Beispiel eben drin, dass die ganzen Daten nicht auf dem Server gespeichert werden, sondern im Gerät, also in eurem iPhone drin, dass die ganzen Daten auch verschlüsselt, mathematisch verschlüsselt sind etc. nicht wieder hervorkrambar sind und so weiter. Also ja, klingt sehr sicher. Ich bin, wie gesagt, oder wir sind sehr gespannt, was der CCC dann Ende Jahr damit macht. Bei Apple Music gibt es Wachstum. Bei Spotify auch und Apple Music hat es jetzt auf 30 Millionen zahlende Nutzer gebracht. Apple selber merkt aber, dass es nicht bringt, einfach nur grosse Nummern zu schieben. Man muss auch noch zusätzliche Angebote machen und das versuchen sie ja immer wieder mit Exklusivinhalten. Mal schauen, wie das Rennen da ausgeht. Ich habe mir für einen Monat jetzt auch mal Apple Music wieder zugeschoppt, einfach weil ich Carpool Karaoke schauen wollte oder besser gesagt will, bin noch nicht fertig. Dann kommen wir zum letzten News. Geht es auch wieder um Apple. Und da wird Apple von der FCC und auch ein paar anderen Organisationen darum gebeten, den FM-Chip-Satz auf ihrem Smartphone, also auf ihren Geräten zu aktivieren. Vielleicht ganz kurz erwähnt, Apple verbaut ja Intel und Qualcomm Chips auf ihren Smartphones und diese haben per Standard im Chip schon drin einen FM-Transmitter. Sprich, man könnte darüber eigentlich, wenn es die Software dann erlauben würde, radioempfangend, ganz normale Radio, was es so gibt und durch den Äther geblasen wird. Das ist per Default nicht aktiviert, aber eben dadurch, dass in den letzten Monaten oder besser gesagt Wochen einige Hurricanes durch Amerika gebrettert sind und teilweise die Bevölkerung abgeschnitten war von der Außenwelt, möchten eben die FTC und andere Organisationen, dass Apple das freischaltet. Ich nehme an, das geht dann auch um andere Hersteller, die das tun sollten, um einfach so die Leute auch zu reichen. Na gut, wenn dann der Sendemast, der FM-Funkt auch weg ist, dann funktioniert auch das nicht, aber sicherlich keine doofe Idee. Wir hatten es ja schon mal etwas mit, wer war das? Dieser Elon Musk, wie heißt das Auto? Ihr wisst schon, die da was freigeschalten haben. Ja, alles keine doofe Idee und eine Überlegung wert. Mal schauen, ob da Apple mitmacht und die ganzen anderen Hersteller. Das war es eigentlich an News, welche ich heute für euch gesammelt habe. Freitag, wie gesagt, es geht aufs Wochenende zu. Ihr habt nur noch ein paar Stunden zu arbeiten und dann geht es ins verdiente Wochenende. Nächste Woche ist der Achim wieder für euch da und ein kleines Dings ist, also eine kleine Vorankündigung schon. Ihr werdet am Montag und am Dienstag noch meine Person hören. Achim geht ja in Richtung London und da werde ich ihn kurz für zwei Tage vertreten. In diesem Sinne, ja, genieß das Wochenende. Habt einen erfolgreichen Tag, ein wunderschönes Wochenende und wir hören uns am Montag wieder. In dem Fall, euer Pokipsi. Bis bald. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.